Die Stadtpfarrkirche Heiliggeist in Neuburg liegt mitten in der geschäftigen unteren Stadt und ist doch eingebettet im Grünen. Ihr Innenraum zeigt sich prunkvoll. Dem Besucher nimmt zugleich der prachtvolle Hochaltar gefangen. Das Altarbild entspricht dem Patrozinium der Kirche und zeigt Pfingsten, die Herabkunft des Heiligen Geistes. Ihre besondere Bedeutung gewinnt Heiliggeist in Neuburg jedoch durch ihr einzigartiges Deckenfresko. Es zeigt die sieben Gaben des Heiligen Geistes. Unser Deckengemälde stellt den Heiligen Geist dar, wie er die Kirche erbaut, wie er die Gemeinde erbaut. Er ist da, wo in einem Deckengewölbe der Schlussstein steht, ohne den ein Gewölbe zusammenbricht. Und unsere Kirche, unsere Gemeinde hier besteht nur deshalb, weil der Heilige Geist da ist und seine Gaben ausgießt und so die Gemeinde aufbaut. Dargestellt sind diese sieben Gaben in lateinischer Schrift. Weisheit, Verstand, Rat, Stärke, Wissenschaft, Frömmigkeit, Gottesfurcht. Gleichzeitig wird jede Gabe durch eine Szene aus der Geschichte der Heiligen veranschaulicht und damit besser verständlich gemacht. Da ist zum Beispiel Pietas, die Gabe der Frömmigkeit. Dargestellt ist die heilige Helena, wie sie das Kreuz Jesu findet. Die ist nach Jerusalem gereist, hat die heiligen Städten gesucht, die verschüttet waren und hat nach der Tradition des Kreuz Jesu gefunden. Sie ist dahin gereist aus eigener Frömmigkeit. Sie war eine sehr fromme Frau und hat aber dann die Städten wiederherstellen lassen und Teile des Kreuzes mitgebracht nach Europa. Nicht zufällig liegt genau gegenüber der Frömmigkeit der Intellektus, der Verstand. Denn Glaube und Verstand schließen sich nach katholischem Verständnis keinesfalls aus. Ein gutes Beispiel da ist der heilige Thomas von Aquin, der einfach mit seiner Gabe des Verstandes sehr viel von Gott, von Jesus, vom Glauben ergründet hat und das auch aufgeschrieben hat, sodass man das nachlesen kann und nachspüren kann und sich seine eigenen Gedanken wieder dazu machen kann. In allen Bildern wird sichtbar, wie der Heilige Geist in der Geschichte der Kirche und der Heiligen weiterwirkt. So auch im nächsten Bild, die Weisheit. Es zeigt den Evangelisten Johannes bei seiner Vision auf Patmos. Apostel Paulus bei seiner Bekehrung vor Damaskus versinnbildlich das nächste Bild, die Gottesfurcht. Der Anwalt der Armen, das ist der heilige Ivo, der ist da oben bei der Gabe der Wissenschaft. Der hat einen Beruf gelernt, ist Wissenschaftler, hat es studiert, ist Anwalt geworden und hat diese Gabe nicht nur eingesetzt, um jetzt selber reich zu werden und viel Geld zu kriegen, sondern der hat sich in seiner Anwaltrolle für die Armen eingesetzt. Die nächste Gabe ist Konzilium, der Rat. Zu sehen ist die Bekehrung des heiligen Franz Xaver durch den heiligen Ignatius von Loyola. Die Gabe der Stärke wird mit Hilfe der Legende des heiligen Laurentius dargestellt. Weil er das römische Kirchenvermögen an Arme verteilte, wurde er auf einem Rost hingerichtet. Die sieben Gaben fließen ja in sieben verschiedene Richtungen. Und jeder, denke ich, hat eine Gabe oder mehrere Gaben gekriegt. Ich glaube nicht, dass einer alle hat. Und diese Gaben, die hier so ausströmen und über die Leute herabströmen, die hier sitzen jeden Sonntag, die bauen die Gemeinde auf. Wenn jeder seinen Teil dazu beiträgt, dann sind am Ende alle Teile zusammen, die wir brauchen. In der Literatur gibt es keine eindeutigen Hinweise auf den Künstler des Deckenfreskos in der Heiliggeistkirche Neuburg. Fest steht aber, dass dieses Gemälde das Wirken des Heiligen Geistes auf ganz einzigartige Weise greifbar macht.